Ich möchte am Anfang dieses Videos ein kleines Szenario aufbauen, das mit Sicherheit auch viele von euch aus ihrer Kindheit kennen werden. Und dieses Szenario brauchen wir, um den Rest des Videos gut zu verstehen. Angenommen, wir haben ein Kind, welches von seinen Eltern, seiner Mutter oder dem Vater ungerecht behandelt wird, eventuell sogar seelisch missbraucht wird. Und dieses Kind spricht nun diese Missstände gegenüber der Mutter oder dem Vater an und sagt, Hey, hör mal Mutter, hör mal Vater, da und da, da tust du mir ein ganz, ganz großes Unrecht. Das muss ich hier jetzt einfach einmal zur Sprache bringen. Und die Mutter reagiert auf diese Kritik des Kindes damit, dass sie sich empört zeigt. Dass sie sagt, Kind, du verletzt mich mit diesen Äußerungen. Wie kannst du denn so etwas über mich sagen? Ich bin so, so enttäuscht. Ich will doch immer nur das Beste für dich. Und es stimmt gar nicht, dass ich dich schlecht behandle. Wieso kannst du mich so zurückweisen? Es ist einfach nur total schmerzlich, was du da über mich sagst. Und in einem weiteren Schritt holt jetzt die Mutter vielleicht auch noch den Vater dazu. Holt vielleicht die Oma dazu. Holt vielleicht den neuen Lebensgefährten dazu. Und alle fangen jetzt an, auf dieses Kind einzureden. Dass sie enttäuscht werden von dem Kind. Und wie könne es nur so etwas sagen? Wie könne es nur die Mutter kritisieren? Die Mutter wäre jetzt ganz, ganz enttäuscht und verletzt. Und es wäre vielleicht sogar ein böses Kind und solle sich mal etwas schämen. Ja, ich bin mir sicher, das ist ein Szenario, dass der ein oder andere mitunter vielleicht sogar sehr, sehr viele von euch so oder so ähnlich aus ihrer Kindheit kennen. Auch ich kenne das so oder so ähnlich aus meiner Kindheit. Und deswegen habe ich vor allen Dingen eine Sache gelernt, als ein Kind, welches ähnliche Dinge erfahren hat. Nämlich, dass der Schmerz oder die Empörung eines anderen nicht der Maßstab für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sein kann. Und dass das auch nicht dazu führen darf, dass Kritik, berechtigte Kritik, nicht mehr vorgebracht werden darf. Dass man sich nicht mehr auf die Suche nach der Wahrheit begeben darf. Der Maßstab, der hierfür maßgeblich ist, kann immer nur die Wahrheit und die Gerechtigkeit selbst sein. Ja, und diese Wahrheits- und Gerechtigkeitssuche darf eben nicht durch die Empörung von anderen verhindert oder kleingehalten werden. Damit sage ich jetzt natürlich nicht, sage ausdrücklich nicht, dass man, wenn man Kritik vorbringt, dass, wenn man Missstände anprangert, die man selber so empfindet, dass man dann andere Leute verletzen soll, verletzen darf. Oder dass man nicht penibel darauf achten sollte, möglichst achtsam dabei zu sein, seine Kritik vorzubringen. Ich zum Beispiel habe meine Eltern häufig sehr, sehr massiv beleidigt und habe mich dann teilweise auch mit diesen Beleidigungen irgendwo im Recht gesehen, weil meine Eltern haben mir aus meiner Perspektive ja vorher Unrecht getan und so weiter und so fort. Und natürlich war das von mir falsch, meine Eltern zu beschimpfen. Trotzdem leben wir leider in einer Zeit, in welcher die Menschen meiner persönlichen Meinung nach die Wahrheit in bester Pipi-Langstrumpf-Manier bis zum Geht-nicht-mehr verdrehen und pervertieren können und teilweise die ungeheuerlichsten Behauptungen aufstellen können. Und vor allen Dingen die sachliche Auseinandersetzung mit diesen Themen, ja Kleinheiten, Kanzeln im Keim ersticken können mit dem Hinweis darauf, dass eben Kritik an diesen meiner Meinung nach ungeheuerlichen Behauptungen, Verdrehungen verletzend sein würde. Und deswegen dürfe man das nicht kritisieren. Deswegen dürfe diese oder jene Sache nicht angesprochen werden und so weiter und so fort. Und das ist ja auch der Kern dieser ganzen Bewegung Kanzel-Culture, dass man sagt, Dinge, die verletzend für andere sind, dürfen oder sollen nicht gesagt werden. Das wäre nicht politisch korrekt, weil man ja eben damit Leute verletzen würde. Das kann aber nie der Maßstab sein, weil wenn man vor allen Dingen in der Öffentlichkeit Dinge vorbringt, und sich ja immer irgendjemand durch irgendetwas verletzt fühlt. Und man ist ja auch zumindest zum Teil für seine eigenen Gefühle selbst verantwortlich. Aber nochmal, das ist natürlich kein Aufruf, sich unachtsam oder bewusst verletzend anderen Leuten gegenüber zu verhalten. Und weil wir aktuell ganz stark solche Tendenzen haben, sehe ich es auch, dass unsere Welt nicht gerechter, insbesondere dadurch nicht gerechter wird, sondern immer ungerechter. Wir denken nochmal an das Beispiel mit dem Kind, das ich am Anfang des Videos vorgebracht habe. Ist denn, was ist jetzt Gerechtigkeit? Wer ist jetzt hier Opfer und wer ist Täter? Die Mutter oder der Vater, die sich durch die Kritik des Kindes gekränkt oder verletzt fühlt? Oder, ja, das Kind, das schlecht behandelt, das unfair behandelt oder vielleicht sogar misshandelt wird? Ich denke, dass, ich habe jetzt gerade gesagt, dass es viele ungeheuerliche Aussagen aktuell gibt, Meinungen, Denkströmungen, zumindestens die ich als ungeheuerlich empfinde, die mir regelrecht meinem logischen Verstand wehtun. Ich denke, dass jeder von euch da Beispiele kennt. Es werden ja medial immer und immer wieder solche Fälle bekannt. Ich nenne jetzt nur ein paar, um mal die Aussage in diesem Video hier zu verdeutlichen, aber das ist kein politisches Statement an sich. Zum Beispiel, dass irgendwelche Universitätsvorträge gekanzelt werden, weil die Meinung einfach nicht gesagt werden dürfte, weil Leute sich dadurch verletzt fühlen. Oder auch, dass bestimmte Störungsbilder in den sozialen Medien regelrecht verherrlicht werden. Oder vielleicht ein Beispiel, das jetzt den einen oder anderen triggern wird, dass zum Beispiel gesagt wird, das Tragen eines Kopftuches sei ein Zeichen oder ein Symbol für Emanzipation der Frau. Das sind ja alles solche Behauptungen, die aktuell in unserer Zeitgeschichte vorgebracht werden, die ich persönlich als regelrecht pervertiert wahrnehme, die aber auch nicht kritisiert werden dürfen. Immer wieder mit dieser Argumentation, dass Leute durch die Kritik daran verletzt werden. Gleich der Mutter, welche ihr oder sein, ihr Kind ihm ein Unrecht tut, eventuell sogar das Kind schlecht behandelt und die Mutter dann die Kritik des Kindes damit abschmettert, dass sie sagt, deine Kritik verletzt mich. Ja, du solltest dich etwas schämen für deine Kritik. Deswegen ist deine Kritik nicht legitim. Deswegen musst du nicht angehört werden. Zumindestens ich habe gelernt, dass Diskursverweigerung die Ungerechtigkeit auf der Welt nicht weniger, sondern mehr macht. Und deswegen setze ich mich auch wirklich für einen freien, kritischen und ja, natürlich auch achtsamen Diskurs ein. In meinem Fall natürlich über bestimmte Themen, zum Beispiel über das Thema Autismus, Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörungen, psychische Gesundheit und so weiter und so fort. Manchmal ist natürlich die Verlockung groß. Das muss ich ganz klar sagen, selber die gleichen von mir so empfundenen stumpfen Parolen zu dreschen, welche man zu bestimmten Themen, zum Beispiel Verherrlichung von bestimmten psychischen Störungsbildern in den sozialen Medien immer und immer wieder so hört und natürlich dann auch billige Klicks und Likes abzustauben. Aber da wird natürlich in mir immer auch dann sehr schnell die Stimme laut, die sagt, warum sollst du überhaupt etwas posten, wenn es nicht deiner eigenen Überzeugung entspricht, wenn es nur Gefälligkeitspostings sind. Und ich bin ja überhaupt nur auf YouTube und in den sozialen Medien nicht, weil ich meine eigene Persönlichkeit irgendwie erhöhen oder beklatschen lassen möchte, sondern schlicht und ergreifend, weil ich etwas in der Welt, in der Gesellschaft bewegen möchte. Ja, und da ist natürlich dann auch das kleine Kind insbesondere, das dann zu mir spricht und sagt, hey, das ist doch eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit, beziehungsweise du musst für den freien und kritischen Diskurs kämpfen, so wie ich in meinem, ja, wie ich als Kind eben verletzt wurde, dass meine Kritik ebenso abgeschmettert wird, wie es heutzutage leider medial, gesellschaftlich häufig getan wird. Ja, ich mache dieses kleine Video deswegen natürlich als ein Appell für den freien und kritischen Diskurs. Und das muss man leider hin und wieder machen, auch da er mahnt mich, ja, das ist mein früheres Ich immer wieder zu, weil ich einfach sehe, dass dieser Diskurs immer enger wird, dass man immer weniger sagen darf und dass deswegen die Ungerechtigkeit meiner persönlichen Meinung nach nur mehr zunimmt, anstatt weniger zu werden. Eben weil wir heutzutage eine meiner Meinung nach sehr falsche Tendenz haben, zu sagen, die persönlichen Gefühle der Einzelnen würden vor der Wahrheit stehen. Man dürfe nicht auf die Wahrheit zu gehen, man dürfe bestimmte Wahrheiten nicht äußern, weil sich Leute dadurch verletzt fühlen könnten. Aber wie gesagt, wir sehen an dem Beispiel mit der Mutter und dem Kind, dass man das meiner persönlichen Meinung nach so nicht handhaben sollte. Ich bedanke mich dafür, dass ihr auch in diesem Video eingeschaltet habt. Schreibt eure Meinung natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich musste das einfach mal loswerden. Wenn euch Themen zum Bereich sehnische Gesundheit, Autismus, Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörung interessieren, abonniert natürlich gerne diesen Kanal. Und wenn ihr mich unterstützen werdet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.